Die Gottlieben werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Der Text ist aus Daniel, Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Der Leitvers ist Vers 3. Hast du uns diesen Vers einmal gemeinsam lesen? Bitte. Und die Leiter der Deutschen und die Bühne erfolgen, die Bühne der Leuchten und die Bühne der Leuchten einreißen, die die Sterne immer und ewiglich sind. Lieber himmlischer Vater, danke für diese Maidenkonferenz 2023, auf der wir dein Wort aus dem Danielbuch und dem Bliefstudium holen. Danke, dass wir heute Daniel kennenlernen dürfen, den du als einen Bibelehrer und hellleuchtenden Stern gebraucht hast, die geistliche Beherstellung deines Volkes. Ich schenke mir deinem Geist ein klares Wort weiter zu geben. Ich bete im Namen Jesu. Amen. Wir danken Gott für die gesegnete Mai-Bübe-Konferenz, auf der wir das Buch Daniel tiefgehend studieren dürfen, um das GLEF 2023 dadurch vorzubereiten. Heute wollen wir das letzte Kapitel des Buches Daniel studieren. Kapitel 12 ist die Schlussfolgerung der dritten und der letzten Vision des Propheten Daniel. Man kann es auch als die Schlussfolgerung des gesamten Buches Daniel betrachten. In Kapitel 11 von Wolfgang Kies hatte Gott Daniel das Wirken des Antichristen sehr detailliert herausgesagt. Die Zeit des Antichristen ist für die Gläubigen eine Zeit der Trübsal. Aber heute sehen wir, dass es auch eine Zeit des großen Wirkens Gottes ist. Gerade in der Zeit der Trübsal bebraucht Gott die Bibellehre, die Gottes Wort lehren und viele zur Gerechtigkeit weisen, als die Hauptpersonen und die geistlichen Leiter. Wann wird das Ende sein? Und was wird das Ende sein? Das ist ein großes Geheimnis. Entscheidend ist, wie wir leben, indem wir auf die Zeit des Endes warten. Lasst uns heute durch das letzte Kapitel des Buches Daniel die geistliche Einsicht für das Wirken Gottes bekommen. Lasst uns in dieser turbulenten Zeit als Bibellehrer, geistlicher Leiter und Eroberer leben, wieder lehren und so wie des Himmels Glanz und wie die Sterne immer und lebendig feuchten. Teil 1 Die der Lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz. Lesen wir einmal Vers 1. Bitte. Die Zeitangabe zu jener Zeit wird in Vers 1 dreimal wiederholt. Zu jener Zeit bezieht sich auch den letzten Teil von Kapitel 11, nämlich das Ende jener Zeit. Zu jener Zeit ist eine dunkle Zeit der Trübsal für die Glanz. Solche jene Zeit, die geistlich dunkle Zeit, kommt in der Geschichte immer wieder vor. Zu jener Zeit schien auch Daniels Zeit, in der babilonischen Gefangenschaft zu sein, als die Juden ins Exil geführt wurden. Zu jener Zeit war die Christen verfolgt unter dem Kaiser Diopletian und Kaiser Galerius. Zu jener Zeit war auch die Zeit vor der Reformation, als von der Kirche, das Wort Gottes, von dem Volk verschlossen und der Ablassung betrieben wurde. Zu jener Zeit war auch die dunkle Zeit für die Christen in Deutschland im Dritten Reich, als die Kirche für das Naziregime instrumentalisiert und gleichgeschaltet wurde. Zu jener Zeit ist in gewisser Hinsicht auch möglich. Äußerlich passieren derzeit viele Dinge, die uns an die Endzeit denken lassen. Zum Beispiel der mehr als ein Jahr dauernde Ukraine-Krieg mit Zehntausendlern von Polen. Viel schlimmer und dunklerer ist die wachsende geistliche Verdorbenheit. Nämlich, dass die Lebensbedingungen zwar hervorragend sind, aber auch Humanismus, Zeitgeist, Genderismus und Genonismus, das Wort Gottes relativieren, umschreiben, genderisieren, kritisieren, ja, gar gegen die liebeltreuen Gläubigen vorgehen, und sie verfolgen, um sie auszuschalten. Lesen wir die Verse 1, B und 2 gemeinsam. Bitte. Aber zu jeder Zeit wird dein Feuer rettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen, und sie, die unter der Erde schmachten, die in den Erden aufwachen, die einen zu dir hinnehmen, die anderen zähliger Schmach und Schande. Viele Theologen beziehen diese Verse auf das Wirkende Gottes in der letzten Zeit, in Johannes 5, 28, 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerechts. Jesus sagte hier, dass am Ende der Zeit Gott sein Wort sprechen wird. Dann werden alle auferstehen. Aber es wird einen klaren Unterschied geben. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben auferstehen. Diejenigen, die Böses getan haben, zum jüngsten Leben. Jesus sagt hier, dass der Tod nicht das Ende ist. Am Ende kommt entweder die Auferstehung des Lebens oder andernfalls das Gericht Gottes. Gott wird sich zu seinem Volk bekennen und sein Volk wird zum ewigen Leben aufwachen. Darum dürfen wir unbeirrt unser Leben für Gottes Mission und die Ausbreitung seines Reiches einsetzen. Zum anderen sagt Gott in diesen Versen, dass gerade in der Zeit der Kriegszeit ein großes Werk der Errettung geschieht. Lesen wir dazu den Leibvers, das drei gemeint sind. Bitte. Und die der Lehren werden euch die Böses getan haben, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Schale immer umgeheben. Ein Sprichwort besagt, dass, wenn die Nacht am Dunkelsten ist, die Dämmerung am Nächsten ist. Gerade wenn die Nacht am Dunkelsten ist, geschieht das hoffnungsvolle Werk der Errettung und der Wiedererweckung durch diejenigen, die Gottes Wort weissagen. Und die Ezekiel 37, 10 offenbart. Und ich weissagte, wie er mir befolgen hatte. Da kam der Oden in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. In der NIV heißt es dazu, Those who are wise will shine like the brightness of heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. Was für eine wunderbare Verheißung ist das! Hier können wir zwei Dinge kennenlernen. Erstens, welch groß und entscheidende Rolle die Bibellehrer in jeder Zeit spielen. Die der Lehre und die viele zur Gerechtigkeit weisen, sind die Bibellehrer, die gerade in der dunklen Zeit Gottes Worte erforschen, ihn verorschen und es lehren. Wie die Sterne, die man nur in der Nacht sieht, sind die Bibellehrer das helle Licht für eine finstere Zeit, die wie des Himmels Pflanz leuchten und viele zum Wort Gottes führen. Gerade durch einen Bibellehrer, der eine klare Entscheidung für Jesus trifft, Gottes Wort zu lehren, kann Gott sein Werk tun. Mehr als alles andere hat Gott uns die Aufgabe gegeben, die lehrenden Bibellehrer in jener Zeit zu sein. Zu jener Zeit ist auch die Gesellschaft freundlich. Aber wir dürfen treu an unserer Aufgabe als bibeltreue und gehorsame Bibellehrer, die der Lehren festhalten. Wir dürfen Gottes Wahrheit verkünden, indem wir treu das Bibelstudium und die Lebensgemeinschaft führen. Manchmal scheint dies nur klein auszusehen. Doch unsere Entscheidung wird nachhaltig sein und unser Stern wird am Himmel immer und ewig bleiben und scheinen und viele zur Gerechtigkeit, zu Jesus, zurück zur Bibel führen und als entschlossene Jünger und Streiter Jesu Christi aufstellen. Zweitens, wir sind nicht alleine. Es gibt zahllose Glaubensvorfahren und Glaubenshelden, die uns vorangegangen sind und hell am Himmel strahlen. Zu jener Zeit, einer Zeit des Trübsals, war die Zeit des jüdischen Exzels, als die Israeliten wegen ihres wiederholten Unbewahrsams ihr verheißenes Land erlugen. Doch Gott stellte einen Bibellehrer Daniel auf, der seine klare Lebensentscheidung traf, nicht mit Fleisch und Wein die Götzen anzubieten, sondern am Wasser und am Gemüse des Bibelstudiums festzuhalten. So konnte er als Bibellehrer für Nebukadnezar gebraucht werden und half ihm, dem lebendigen Gott, der über ihm steht, anzuerkennen. Er gebrauchte ihn auch als einen Bibellehrer für Belsatzer und für Darius. Er sagte auch nicht, mich trifft keine Schuld, sondern er lebte bis zum Ende als sein Hürde und als sein Bibellehrer, der Gottes Wort lehrt. Er bekannte die Sünde seines Volkes als seine eigene Sünde und kämpfte mit dem Engelfürsten Gottes in Fasten und Gebet für sein Volk, den Ratschluss Gottes zu erkennen. Daniel wurde zu einem strahlenden und leuchtenden Stern für immer und ewig. Die Zeit der Befangenschaft war nun keine Zeit der Trübsal mehr, sondern Gott bereitete vielmehr die geistliche Wiederherstellung seines Volkes durch Nehemiah und durch Esra als seine königliche Priesterschaft wieder vor. Zu jener Zeit, als die Kirche im 16. Jahrhundert sogar die Knechte Gottes, die Jampus, hinrichtete, stand ein Bibellehrer, Martin Luther, auf. Er lehrte Gottes Wort aus Römer 1, 17, dass wir nicht durch Ablasshandel gerecht werden, sondern durch die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes, welche aus Glauben kommt. Da wurde er 1517 vor dem mächtigsten Kaiser der mittelalterlichen Welt vorgeladen. Luther diente auch ihm als Bibelehrer. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift überwunden in meinem Gewissen und gefangen in den Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen. Gott helfe mir. Amen. Auch in der Wartburg war er ein Hürze und Bibellehrer für sein Volk, der ihnen Gottes Wort lehrte, indem er die Bibel für sie ins Deutsche übersetzte. Da gebrauchte Gott ihn als den einen Stern, für immer und ewig, durch den ein ganzer Kontinent seine geistliche Identität als ein Königreich von Priestern erneuern durfte. Zu jener Zeit, als im Dritten Reich alle Hitler gefallen wollten und die Kirche gleichgeschaltet und arisiert wurde, stand ein Bibellehrer, Dietrich Bonhoeffer, auf. Dietrich Bonhoeffer ließ sich nicht von Hitler einschüchtern. Als der international führende Theologe seiner Zeit hätte er ein sicheres Leben in fernen Amerika führen können. Doch er sah, dass sein Volk die Deutschen ihn geistlich brauchte. Karl Barth schrieb ihm, sie müssten jetzt alle noch so interessanten denkerischen Schnörkel fallen lassen und nur das eine bedenken, dass sie ein Deutscher sind und dass das Haus ihrer Kirche brennt und dass sie genug wissen, um zur Hilfe befähigt zu sein und dass sie im Grund mit dem nächsten Schiff zurückkehren müssen. Deshalb kehrte er zurück um ihnen mit dem Wort Gottes zu dienen. Obwohl sein Predigerseminar mehrmals geschlossen wurde, führte er das intensive Bibelstudium und die geistliche Lebensgemeinschaft mit seinen Bibelschülern im Untergrund weiter. Er wurde hingerechnet. Aber er und Bibellehrer im Dritten Reich wie Karl Barth oder Wilhelm Busch sind bis heute die strahlenden und die leuchtenden Sterne am Himmel, die viele zur Gerechtigkeit wiesen und sie als Jünger Jesu Christi aufstellten, sodass Gott Deutschlands Gnade für den geistlichen und den praktischen Wiederaufbau schenkte. Zu jener Zeit war auch die Zeit des italistischen Korea, das zweitärmste Land der Welt mit zwei Millionen Toten und einem geteilten Land nach dem Korea-Krieg. Zu jener Zeit erweckte Gott den Geist von Missioner Dr. Samuel Lee und Missioner und Sarah Berger. Ihr Bibelstudium, vor allem ihr Genesis-Bibelstudium und ihr Englisch-Bibelstudium brachte das Licht des Evangeliums zu den intellektuellen, aber verzeifelten Studenten und Wiesen unzählige zur Gerechtigkeit Gottes. Diese wurden durch die Hoffnung Gottes, Bibel, Korea, Weltmissionen geistlich erweckt. Sie dienten als Gottes überaus großes geistliches Heer von Laien-Missionaren der Campus-Mission in mehr als 90 Ländern der Erde bis nach Russland, China und in die muslimische Welt bis auf den heutigen Tag. Zu jener Zeit war auch 2020 die Zeit der harten Verfolgung unserer Gemeinde, die das Werk des Syngerziehungswerkes und des GLDF zerstören und unterdrücken wollten. Doch der Knecht Gottes und Miss Naranzara gaben nicht auf. Sie standen auf und lehrten Gottes Wort aus 1. Petrus Gedeizten. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Sie gaben uns auch Hesekiel 37 3. Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Sie sind heute die hell leuchtenden strahlenden Sterne am Himmel, die die nächste Generation und die Hoffnungsträger zur Gerechtigkeit führen. Die nächste Generation, die geistlich schlafend blagen, durften durch das intensive Weissagen und Hören des Wortes Gottes durch Taufe Bibelstudium, Factual Study, Internationales Bibelseminar, GLEF, Geschichte Vorträge und so weiter geistlich mobilisiert werden. Sie durften eine klare Entscheidung für die Vision und die Mission Gottes treffen. Gott wird durch sie weiter zahlreiche Früchte hervorbringen und Stützpunkte in der muslimischen Welt aufrichten. Zu jener Zeit ist keine Zeit des Rücksals. Der Stern von Sarah Schweitzer scheint hell am Himmel. Der Stern von Peter Josef Chang, der bis zum Ende für den Glaubenssieg im Abitur gekämpft hat, scheint hell am Himmel. Auch die Sterne von Samuel Abraham und Joshua Elzolz für die Pionierung von zwölf Universitäten scheint hell am Himmel. Der Stern von Esra, Daniel, Rebecca und Andrea als exzellente Self-Executive Bible Teachers strahlen dort hell am Himmel. Amen. Die Sterne von Wolfgang, Simon, Paul, Olaf und Isabel für die Pionierung von 1700 Universitäten und Hochschulen scheinen hell am Himmel und ewiglich. Amen. Als ich auch in der geistlichen Triebsache meines Egoismus, der Begierde und der Rebellion legte, diente Gott mir durch einen Bibellehrer, dem Knecht Gottes mit Hebräer 5, 8 und 9. Er half mir in einem Aufsatz darüber nachzudenken, wer Jesus ist. Dank sei Gott, der mir große Erkenntnis über Jesus gab, der alle meine Sünde auf sich nahm und für mich am Kreuz starb, um mir das ewige Heilig zu schenken. Dank sei Gott, der mich zur Gerechtigkeit geführt hat. Nun hat Gott auch mich als einen Bibellehrer und leuchtenden Stern in dieser reißlich finsteren Gesellschaft aufgestellt. Dank sei Gott, der mich in dieser Rusterzeit und im vierten Semester durch den Knecht Gottes ermutigte, nicht selbst selbst hier zu leben, sondern mit Johannes 10, 11. Ich bin der gute Hürde. Der gute Hürde lässt sein Leben für die Schafe. Praktisch wie Daniel als Campus-Hürde und Bibellehrer, der Gottes Wort lehrt, heranzuwachsen. Gott hat mir in Ali auch einen muslimischen Hoffnungsträger antwortet, der geistlichen Wunsch hat, Jesus kennenzulernen. Dank sei Gott, dass ich auch ihm das Evangelium bezüllen durfte, wer Jesus ist und was Gott für seine Erlösung getan hat. Gott möchte auch ihn und auch Dan als Bibellehrer und einflussreiche Sterne für immer und eben für die EM-Mission und für die geistliche Wiedererweckung an zwölf Universitäten gebraucht ist. Amen. Gott hat mich nicht als einen gewöhnlichen, kleingührerlichen Arzt berufen, der für seine Karriere oder selbstsüchtig lebt, sondern Gott beruft mich mit Johannes 10, 11 als einen Bibellehrer, der den geistlich kranken Menschen Gottes Wort lehrt. Amen. Als ein solcher Bibellehrer darf ich mit dem Knecht Gottes intensiv für die Vorbereitung von GLIF durch das Daniel-Liebesstudium zusammenarbeiten, damit die nächste Generation und die jungen Studenten als globale geistliche Leiter und Bibellehrer wie Daniel mobilisiert werden. Ich darf auch auf täglicher Basis einem Hoffnungsträger und Freund an der medizinischen Fakultät Gottes Wort lehren. Gott möchte mich als einen Bibellehrer in der finsteren Zeit gebrauchen, der einer der beeinflussreichen, leuchtenden Sterne für immer und ewig ist, durch den die Medizinstudenten in Deutschland und Europa als überaus großes Heer von Jüngern Jesu und Streitern Christi aufgestellt werden, die Gottes Heilsgeschichte weiterführen. Amen. Lesen wir einmal Vers 4 gemeinsam. Bitte. Wenn wir heute das Buch Daniel lesen, wundern wir uns, wie präzise die Vorhersagen Gottes in der Geschichte der intertestamentalischen Zeit waren. Sobald die Bibelpratiker sagten daher zu allen Zeiten, dass das Buch Daniel nicht von Daniel selbst im 6. Jahrhundert vor Christus, sondern von einem Pseudodaniel in der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus geschrieben wurde. Das Wort durchforschen meint hier im wörtlichen gräfischen Sinne, dass man ein Buch von Anfang bis zum Ende durcharbeitet. Wenn man ein Buch von Anfang bis zum Ende durcharbeitet, findet man große Erkenntnis. Aber heutzutage nehmen sich viele nur ein paar Verschnipsel aus der Bibel, die ihnen gefallen. Einige ignorieren Teile der Bibel oder andere sagen, das ist doch bestimmt alles nur allegorisch gemeint. Dank sei Gott, dass er der nächsten Generation durch das Dschialiak erlaubt hat, den Hebräerbrief und das Daniel-Buch mehrmals und tiefgehend gemäß der IBS-Methode zu studieren, zu erforschen und zu durchdringen. Diese Bücher sind eine der herausforderndsten in der Bibel. Aber die nächste Generation konnte durch die Factual Study der ersten 5 Bücher Mose, durch die Geschichte-Vorträge von der Schöpfung bis zur Apostelgeschichte und ferner der Kirchengeschichte die gute Grundlage leben. Durch das mehrmalige Studieren des Hebräerbriefes, durch Botschaftsvorbereitung und Stellungnahme schreiben, konnten sie das Wort Gottes durchdringen. Dadurch können sie bereits in ihrer Jugendzeit erstaunliche Erkenntnis und Einsicht als Bibellehrer gewinnen. Darum darf die nächste Generation und darum dürfen wir das Wort Gottes, so wie es ist, bewahren. Lasst uns durch das interduktive Bibelstudium unter Stellungnahme schreiben. Zu jener Zeit, als Bibellehrer Gottes Wort so lehren, wie es ist und es in den Bibelschülern für immer und ewig versiegen. Gottes Wort ist kein leeres oder totes Wort, sondern ein lebendiges und kräftiges Wort und ein scharfes und zweischneidiges Schwert. Gott gebraucht das Werk der zwei Bibelstudium-Teams sehr mächtig, das durch 10.002 Bibelstudium-Teams und die geistliche Lebensgemeinschaft der Studenten und der nächsten Generation, die jungen Menschen Gottes Wort verstehen, große Erkenntnis gewinnen und als königliche Priester, globale Leiter, Eroberer und Weltveränderer aufgestellt werden. Amen. Alleluia! Alleluia! Vielen Dank.